Das ist jetzt die letzte funktionale Abhängigkeit und die kommt natürlich verdächtig nahe schon an das ran, was man in der Schulaufgabe können muss. Schulaufgabe wird dann eine Mischung aus diesen allen Aufgaben sein. Zu Beginn soll man das Ganze zeigen. Bei der A, da bin ich relativ schnell fertig, so soll das Ganze ausschauen. Sollte man es sauber hinbekommen. Wer es nicht kann, bitte nochmal zum Beispiel Geradengleichung zeichnen, wiederholen. Hier mit der Wertetabelle muss man sauber arbeiten. Bei der Aufgabe B ist eigentlich nur ein Wort entscheidend, nämlich Parabel und Gerade schneiden. Schneiden sich und Schnittpunkte bestimmen heißt immer gleichsetzen. Also das hier gleichsetzen mit dem hier. Hier sollte ich auch den Bruch weiterziehen, auch wenn es unschön ist zum Schreiben, bitte auf gar keinen Fall hier einen gerundeten Wert verwenden, sondern den Bruch weiterziehen. Alles auf eine Seite heißt ein Sechstel hier rüber. Ein ganzes Einsechstel, das kann man im Taschenrechner eingeben, ist allerdings etwas aufwendiger, wie wenn man nur einen Bruch eingeben möchte. Ich möchte euch das kurz zeigen. Hier, wenn ich ein ganzes Einsechstel eingeben möchte, drücke ich ein Ganzes und hier steht das Ganze mit Ganzen und Sechstel. Ein Sechstel. Und dann bin ich fertig und dann habe ich auch, wenn ich das Ganze will, umgerechnet. Gut, das gebe ich in die x12-Formel ein. Das kann ich jetzt natürlich im Taschenrechner alles eingeben. Ein kleineres Problem habe ich auch mit dem Taschenrechner, wenn ich das jetzt hier mit meinem Tool machen möchte, also mit Polynom zweiten Grades, wenn ich das bestimmen möchte. Kein Problem habe ich natürlich beim ersten mit minus 0,5. Die Eingabe beim zweiten ist etwas schwieriger. Ein Sechstel mache ich jetzt zum Beispiel mit Abetel hier. Aber ein ganzes Einsechstel, da drücke ich die 1, dann für das Ganze hier, dann nochmal die 1 und für den zweiten Bruch den hier, ein Sechstel. Wenn ich dann runtergehe, kommt genau dieser Wert raus, aber den sollten wir eben verwenden und keinen gerundeten Wert. Der c-Wert ist wieder einfach, der ist 8 und wenn ich jetzt auf SecondFexe gehe, erhalte ich meine zwei Werte, minus 3 und 5,33 gerundet. Hier darf ich jetzt natürlich runden, weil das sind die Ergebnisse, die ich brauche. Dadurch, dass ich aber Schnittpunkte brauche, muss ich natürlich noch meinen y-Wert bestimmen. Geschickterweise setze ich das hier oben ein und auch hier oben ein und dann erhalte ich meine Schnittpunkte. Der eine war ja im Teilergebnis schon gegeben. Bei der Aufgabe c heißt es jetzt, dass die Punkte b und d, also der eine liegt auf der Geraden, der andere liegt auf der Parabel, dass die dieselbe x-Abszisse haben. Das heißt nichts anderes, dass in dem Fall der x und der x gleich ist. Bei einer anderen Aufgabe haben wir das schon mal gehabt, dass sich ein anderer Punkt um 1,5 verschoben hat. Damit hat sich auch der y-Wert komplett verändert. In dem Fall darf ich das natürlich direkt reinschreiben. bn liegt auf der Geraden, also sind das die Koordinaten mit der Geraden und dn liegt auf der Parabel, also kann ich die Koordinaten oder die Gleichung oder die Funktion von der Parabel hier beim y mit reinschreiben. c ist 4,1,5. Das Ganze muss ich jetzt noch reinschreiben. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel für x gleich minus 1 einzeichne, gehe ich runter zur Geraden und mache hier den Schnittpunkt. Dann gehe ich nach oben zur Parabel und mache hier den Schnittpunkt. Seht ihr das? b1 und d1. Die müssen immer übereinander liegen. b2 und d2 genauso. c ist fest und a ist fest. a haben wir ja eben gerade erst berechnet. Und damit ist die Zeichnung nicht sonderlich dramatisch. Was ich allerdings hier sehe, das sind unregelmäßige Vierecke. Das führt uns dann bei der Aufgabe d zu einer etwas größeren oder längeren Aufgabe. Denn wir sollen den Flächeninhalt bestimmen. Dadurch, dass wir eben keine Regelmäßigkeit in den Vierecken haben, also keine parallelen Seiten, es ist keine Raute, kein sonst irgendwas, müssen wir das Ganze wieder unterteilen in zwei Dreiecke. Und geschickterweise unterteilen wir das natürlich an der Stelle a, c. Warum? Weil, dann kann ich nämlich das obere Dreieck mit einem Vektor a, c verwenden und ich kann genauso das untere Dreieck mit dem Vektor a, c verwenden. Ich hoffe, das leuchtet jedem ein. Wenn ich anders teile, wenn ich hier teile, kann ich diesen Vektor a, c in keinem der Dreiecke verwenden. Wenn ich es allerdings genau bei a, c teile, kann ich a, c verwenden. Und das ist ja eigentlich sinnvoll, weil a und c in meiner Aufgabe ja hier gegeben waren. Also, als erstes berechne ich den Vektor a, c, Spitze minus Fuß. Das will ich jetzt nicht mehr weiter erläutern, da muss man halt die sauberen Klammern setzen. Vektor a, d, n, da geht das Gleiche nur halt eben mit diesem Vektor los. Also, x minus minus 3 und so weiter. Hier muss ich jetzt einmal diese minus 0,5 x Quadrat einsetzen. Und beim a, b, n, da ist es das Gleiche, nur eben jetzt mit den Koordinaten von b, n. Aufpassen, a, c, n, wenn ich das obere Dreieck hernehme, muss ich beim Drehsinn zuerst a, c verwenden und dann a, d. Wenn ich jetzt allerdings dieses Dreieck da unten nehme, dann drehe ich von a, b zu a, c hin. Also, wenn ich den Winkel da drin betrachte. Deswegen muss ich das so rumschreiben und hier so rumschreiben. Da sieht man mal, wie das sich schnell unterscheiden kann. So, und jetzt habe ich das alles einfach in eine große Formel zusammengefügt. Natürlich könnte man auch zuerst a1 berechnen und dann a2 und das zusammenzählen. Ich mache es jetzt in einem Schwung. Also, 0,5 und dann diese beiden Vektoren eingeschrieben und das Gleiche plus 0,5 dieses. Eckige Klammern drumherum, damit ich fe dahinter schreiben kann. Hier wird diese Diagonale mit der Diagonalen multipliziert und das mit dem. Und ich muss jeweils aufpassen, dass ich Klammern setze. Schaut jetzt hier sehr wüst aus, aber hoffentlich nachvollziehbar. Nachvollziehbar. 0,5 mal 7 mal dem unteren Teil. Das muss ich hier klammern. Minus, kommt ja immer dazwischen zur zweiten Diagonale. 3,5 mal x plus 3. Dann bin ich mit dem ersten Flächeninhalt fertig. Plus 0,5, Klammer auf, x plus 3 mal 3,5. Diese Diagonale. Minus, minus 1 Sechstel, das Ganze wieder in Klammern, mal 7. Und das muss ich jetzt ausmultiplizieren. Die 0,5 lasse ich natürlich vorne stehen. Die betrifft ja erst das Ganze, wenn ich es innen drin schon berechnet habe. Das war schon immer so. Ich musste zuerst die Determinante in der Klammer lassen und erst dort alles auflösen. Und erst dann durfte ich die 0,5 mit reinziehen. Also, 7 mal minus 3, 0,5 und so weiter. Da wird die 7 reingezogen in diese Klammer. Hier wird die minus 3,5 reingezogen. Vorsicht! Da steht ein Minus vor der 3,5. Das gilt dann auch für die 3. Hier gilt das gleiche x mit 3,5 und so weiter. Hier wird ein Plus draus. Auch da hinten wird ein Plus draus. Und jedes Mal muss ich auch die 7 mitziehen. Da als kleiner Trick, man könnte die 7 auch vor diese Klammer schreiben. Das ist ein Kommutativgesetz. Also, ich muss nicht nur minus 1 Sechstel x rechnen, sondern das Ganze auch mit mal 7. Wenn ich das nicht gleich von Anfang an mache, muss ich es noch in Klammern setzen. Da hinten höllisch aufpassen. Und erst jetzt nehme ich die 0,5 dazu und löse diese Klammern auf. Ich habe jetzt hier leider auf meiner Folie keinen Platz mehr, aber tatsächlich kommt genau der Flächeninhalt raus, der in der Aufgabe D auch als Ergebnis dran steht. Hier halt als Brüche. Wenn man das Ganze dann irgendwann im Taschenrechner als Nichtbruch eingibt, dann muss ich halt 49 geteilt durch 12 in den Taschenrechner eintippen und überprüfen, ob das, was ich als gerundeten Wert rauskriege, auch tatsächlich 49 Zwölftel ist. Eine typische Aufgabe ist dann die Aufgabe e. Für welche Belegungen von x gibt es Vierge mit 24,5? Also, der Flächeninhalt ist gesucht. Den habe ich ja schon gegeben. Und der soll 24,5 geben, beziehungsweise soll ich die dazugehörigen x-Werte bestimmen. Das ist eine quadratische Gleichung. Ich bringe die 24,5 rüber und habe jetzt 3 a, b und c, die ich in meine x1,2-Formel einsetzen kann. Und schon kann ich x1 und x2-Werte bestimmen. Entweder über den Taschenrechner oder dann auch zur Überprüfung mit der Tool-Funktion. Etwas schwieriger wird es wieder bei der Aufgabe B. Da heißt es, unter den Vierecken gibt es ein Trapez mit den Grundseiten a, b und c, d. Also, müssen wir uns kurz überlegen, wann ist es denn überhaupt ein Trapez? Ein Trapez ist es genau dann, wenn die Steigungen von a, b und c, d gleich sind. Ich gehe mal nochmal zurück. Hier, diese Steigung von a, b, nehmen wir einfach mal a, b1 und c, d, die werden irgendwann gleich sein. Die Steigung von a, b, die kennen wir schon, denn das ist die Steigung der Geraden. Die haben wir hier oben stehen, minus ein Sechstel. Das heißt, wir müssten nur noch die Steigung von c, d ausrechnen und diese Steigung muss dann minus ein Sechstel ergeben. Und genau diese Bedingung müssen wir aufstellen. Minus ein Sechstel ist gleich und dann die Steigung. y von dem zweiten Wert minus dem y vom ersten Wert. Der x-Wert vom zweiten Wert minus der x-Wert vom ersten Punkt. So muss man es sagen mit den Punkten. Also, hier nochmal, die y-Werte stehen oben, die x-Werte unten nicht verwechseln mit dem Vektor. Da ist es genau andersrum. Und jetzt kann ich das mit dem Tricky Trick auflösen. Minus eins ziehe ich, also ich ziehe das Minus zu dem Einser rauf. Beim Sechser darf ich es natürlich dann nicht mehr machen. Minus eins mit dem rechts unten, sechs mit dem rechts oben. Ich darf die Minus ja nur einmal verwenden. Die Klammern werden ausmultipliziert. Also der Sechser reingezogen, hier hinten wird zusammengefasst. Dann schmeiße ich alles auf eine Seite, um im nächsten Augenblick x1, 2 zu bestimmen. Und das mit der Formel haut dann auch hin. Und dann habe ich den zugehörigen x-Wert. Den Flächeninhalt, den habe ich jetzt hier nicht mehr berechnet. Es gibt tatsächlich auch nur einen x-Wert, der möglich ist. Den habe ich jetzt hier rausgezogen. Warum kann x gleich 4 keine Lösung sein? Das wiederum sehen wir, wenn wir nochmal kurz zurückklicken. x gleich 4, da wäre der Wert der Punkt D auf dem Punkt C. Deswegen kann das keine Lösung sein. Deswegen gibt es hier tatsächlich nur eine Lösung. Mathematisch gesehen gibt es zwei Lösungen. Ist ja auch sehr vernünftig, denn auf dem Punkt C, wenn der Punkt D liegt, müsste es mathematisch notwendig sein. Aber geometrisch ist es dann kein Viereck mehr. Deswegen fliegt es hier raus.